Was? 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 Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mit einem Nazi-Zombies-Video und ich reakte jetzt auf den Trailer. Ich habe den Trailer noch nicht gesehen. Ich habe vor 50 Sekunden wurde der hochgeladen. World War 2 Nazi Zombies The Darkest Shore Trailer. Ja, ich gucke mir jetzt an und reakte ein bisschen dazu. Und los! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Just like in Bavaria. You have arrived late to the party. Holy shit. I've been storing my children here. In the wet roots of this islands for years. Mein Gott, wie die aussehen. Ach du Scheiße. So richtig mit Draht und so weiter. Man sieht ein bisschen so aus wie diesem Map. Diese War Map. Keine Ahnung wie Kreis hat. Oh. What the fuck? Ich hätte mir den ja auch nochmal zu ihm erzählt. Was? Was? Alter, Game of Thrones. Game of Thrones. Das wurde original von Game of Thrones geklaut. Wisst ihr, was ich meine? Da war ein Game of Thrones, da wo der weiße Wanderer auf dem Berg stand und die ganzen anderen Leute da Richtung Wasser gehen mussten. Und ins Wasser gehen mussten und übers Wasser dann fliehen mussten. Wo Jon Snow da war. Das sah so ähnlich aus. Nur, dass es umgekehrt ist, dass die weißen Wanderer dann ins Wasser gegangen sind. Boah, das sah krass aus. Die letzte Szene. Boah, krank. Einfach nur geistgestört, Leute. Lasst mich wissen, was ihr zum neuen Trailer... Was eure Meinung zum Trailer ist. Leute, schreibt es in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.